so da sind wir warte mal kurz so da sind wir da sind wir und wir zocken heute autobahn polizeisimulator einfach nur so wir sind zu polizisten wir gehen zur polizei so was machen wir denn jetzt hier Kampagne, machen wir direkt Kampagne Klar, erleben Sie den Alltag der Automatpolizei und helfen Sie mit, die Straßen sicherer zu machen Warte, ich will aber ein anderes Profil Neues Profil Wir heißen anders Rufzeichen Hans Adler, Otter, Karl, Igel Wir nehmen mal den Hans Der begleitet uns ja immer So, zack So sieht das schon mal besser aus Okay, auswählen Damit machen wir unsere Kampagne So, Kampagne starten Herzlich willkommen Willkommen zu Ihrer ersten Schicht Als Starthilfe wird Ihnen heute noch einiges erklärt Sammeln Sie Erfahrungen, um im Rang aufzusteigen Okay Hließen Die Steuerung können Sie mit den Tasten Blablabla bewegen Mit der Blablabla-Taste Steuern Sie die Kamera, um sich umzusehen und objektiv anzubisieren Gehen Sie nun zu Ihren Funkstreifwagen und begeben Sie sich auf Ihre erste Streife Okay Das sind wir jetzt Voller Manneken Was? Die Schichtaufgabe Mit jeder Schicht bekommen Sie eine spezielle Aufgabe Sie wird Ihnen immer oben rechts angezeigt Schichtaufgabe Fahrzeuge untersuchen Drei Stück Die Aufgabe ist keine Pflicht Aber für Ihre Erfüllung bekommen Sie am Ende der Schicht Boni gutgeschrieben Also ich will mir erstmal hier den Manneken reinziehen Ist da denn auch irgendwelche Moves drauf? Ich mag das so wie die laufen Guck mal Voll in Kurve Boah, der hat einen ganz anderen Move drauf Warte Siehste Hüpfen kannst du nicht? Ey, mach keine Randale hier Wieso ist das jetzt weg? Warte So Okay, da kann man jetzt Kann ich irgendwas hier damit machen? Okay, das kann ich ein bisschen drehen Okay, was sollen wir jetzt machen? Fahrzeuge untersuchen Welche Fahrzeuge? Wo muss ich hin? Hier ins Auto rein Oh, öffnen Schließen Diesen Müssen wir nicht irgendwo hier rein? Da Schichtaufgabe Fahrzeuge untersuchen Drei Fahrzeuge Sollen wir untersuchen Wie jetzt einfach ohne Erklären ohne gar nichts? Oh, ne Da kann man gar nicht rein Vielleicht kann ich ja dieses Fahrzeug untersuchen Die Motorstands mit F9 Aha Randbremse wird mit F Ach, was? Okay Aber der geht ja gar nicht da rein Mein lieber Mann Da läuft einfach dagegen Fahrzeuge untersuchen Aha Öffnen Aufheben Zwei Wagen Was? Äh Was soll ich jetzt damit? Was ist das denn überhaupt? Lauf jetzt nicht immer gegen deinen Wagen Du, 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 du Alter läuft der mal voll dagegen Äh Wieso geht das denn mal weg? Aha Was ist das? Aufheben Was ist das für ein Ding? Ach Wieso kann ich das Hä? Äh Was ist das? I don't know Ich weiß es nicht Was das ist Was ist das wieder passiert? Okay Öffnen Was macht er denn jetzt? Hä? Was ist das für ein Spiel? Das geht nicht weg Egal was ich drücke, ne? Ich drücke mal Mal alle Tasten Die ich so finde hier Aber Es passiert sich gar nichts Öh Hat er jetzt was gemacht? Ööööööö Jetzt hat er das wieder reingetan, ne? Alter Kann man hier nicht irgendwie was untersuchen? Oh Mann Oh Mann Oh What is this? Wollt'n doch Polizei sein Ist auch gar nichts So Dann machen wir das wieder zu, ja? Öffnen Kannst du auch einsteigen oder nur öffnen? Ach da waren die Sitze gerade markiert, ne? Warte Kann ich eingestiegen werden? Was? Solange noch andere Türen offen sind Das ist auch hier ein Witz Hä? Jetzt kann da eingestiegen werden Alter Was ist das denn? Zu Funktionen F5 Licht Abdenklich Okay Zurück Signale Sirenen Aha Funkstatus Motor starten Alter Handblumse lösen Aha Okay Was? Der hat uns gemeint, ne? Gibt's ja sowas wie eine Map? Gibt es nicht Funkstatus Handbremse Motor Cabella Cabella Sumpf 1 An Zentrale Einsatz beendet Wart denn jetzt Was ist denn jetzt mit dir? Hat er uns jetzt gerufen? So mal Wenn dieser Ton erklingt, sollten sie ihren Funkstatus wechseln, damit die Wache weiß, was sie gerade tun Für den Wechsel gibt es Erfahrungspunkte Sie können über das Schnellmenü unten rechts mit der Maus oder mit den eingebenden Tasten bedienen Funkstatus So, hab ich gemacht Befinden sich auf der Auto Dann muss der Status auf 0,1 gesetzt werden Okay Dies bedeutet, dass sie für ihrem Gebiet unterwegs Aha Frei für Anfragen sind Sind wir jetzt bei 1, ne? Um wichtig zu agieren, sollten sie daran denken, zu blinken, ne? Hupe Codpits zu wechseln Ihr Fahrzeug sollte möglichst wenig Schaden nehmen Sonst wird die Schicht abgebrochen Oh, das ist unsere Map Eieieieie Wo sind wir? Wo sollen wir hin? Da sind wir, ne? Fahren jetzt hier dieses Stück, fahren wir hier Gibt es da sowas wie eine Zentrale? Egal Ach, ich sollte wohl nicht da hingehen Fahrzeuge untersuchen Was ist das denn hier für Garagen? Die Polizei Zwei, Zwei, Ei, Ei So, das ist der Rückwärtsgang Norbert Mohr, 1, an Zentrale Komme zur Wache Ist ja ganz schön wendig hier, ne? So, guck mal, wo wir hier fahren Oh, sorry Das ist die Autobahn Sorry Fahrzeug, wenn sie hinter einem Fahrzeug fahren, können sie es untersuchen Indem, aha, F5, F6 Und noch Nacheinander drücken F5, F6 Was? Zentrale an Norbert Mohr, 02 Fahren Sie zur Wache Wald Mit dem Funkstatus 3 bestätigen Sie die Übernahme, Einsatzes oder den Aufbruch zum Einsatzort Alter Funkstatus ist 7 Zentrale an Norbert Mohr, 01 Melden Sie sich Ich muss jetzt erstmal das Fahrzeug untersuchen Nervt mich nicht Zentrale an Capella Sumpf, 02 Melden Sie sich Das sind wir nicht Das sind wir nicht Uns meint er ja nicht Funktionen 100% Hat er das jetzt erkannt? Hä? Was ist denn mit dir? Soll ich dich mal scannen? Signale, Funktionen Hat er aber gesagt F5, ne? Ich weiß nicht Was die jetzt von mir wollen Am Blinker Funktionen F5 Licht Aktion F6 Geschwindigkeitsmessung Geschwindigkeitsmessung Aktionen Aktionen Fahrzeugmustern F6 Wie macht er das doch gar nicht? Schickt er mich wieder zurück Oder was? Tja Das ist ja echt übel hier Wo ist denn die Zentrale? Kollege Soll ich hier Fahrzeuge untersuchen? Äh What the fuck What the fuck Notizbuch Komme zur Wache Lock ist leer Alter, das hat ein Käse Echter So Aktionen F6 Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung F5 Und dann probt er nur Funktionen Geschwindigkeitsmessung Mustern Fahrzeug untersuchen Bleiben sie in der Nähe Das Fahrzeug fahren sie nach Dahinter Verdachtsmomente zu erkennen Alter, ey Okay, 100% Oh, mit Handy, ne Telefoniert er Äh Jetzt muss ich hier Geht das echt nur über F6 F5 Fahrzeug rauswinken Äh Warte mal F7 Scheint dort an Sollte der Status Auf 04 gewechselt werden Da gehen die mir hier Am Zwirn So ist die Kamera jetzt so komisch Anhalten Zum Zielort fahren Genau Es ist ja echt Die Steuerung ist ja echt Man muss nur mit F5 Und mit F6 F6 Fahrzeug Mustern Wie kann ich denn jetzt hier Aussteigen Alter Motor ausschalten Bestimmt, ne Motor ausschalten Nein Das steigt hier einfach nicht aus Blinker wollen wir nicht Zentrale an Norbert Moor 01 Melden Sie sich So, hartbremse anziehen Äh Das war die 8 Jetzt kannst du aussteigen Oder nicht Also hier wird ja gar nichts Erklärt, ne Nix Nullkomman Gar nichts Fahrzeugkontrolle Ja Puh Du 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 Nichts Aktionen Fahrzeug Mustern Signale Kannst du lösen Das war's Eigentlich was man hier machen kann Norbert Moor 01 An Zentrale Komme zur Wache Der Hauptmenü will ich nicht Ich kann auch nirgends vor gucken Jetzt welche Tastung jetzt wo ist Also das ist ja echt Voller Käse Ach Jetzt macht er die Tür auf Guten Tag Ist Ihnen bewusst Weshalb ich sie aufs Verkehr gezogen Tut mir leid Ich habe keinen blassen Schimmer Ich habe ihn aufs Verkehr gezogen Weil Kontrolle Delikte Defekte Also die hat doch hier telefoniert Ne Am Steuer Fahrverhalten wegen der Fahrt Okay Schlange Müdigkeit Mobiltelefon Genau Das war's Unerlaubt zu nutzen Oh je Das ist jetzt aber nicht gut Danke Dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben Ich werde sie nun Allgemeine Kontrolle unterziehen Bahn Dreieck Drogen Gebrauchgegenstände Verbandskasten Dokumente Erstmal Dokumente Fahrzeugscheine Ja 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 Hier bitte sehr Ja Vielen Dank Äh Bahn Dreieck Bahn Dreieck Sehen Natürlich Bahn Dreieck ist im Kofferraum Verstand Danke für die Auskunft Das gucken wir gleich Dokumente Drogen Was ich Auf keinen Fall Für mich ist Grundzufundung Ein Zeichen des Versagens Das ist ja mal eine ehrliche Antwort Bleiben wir sehen In dieser Lebenseinstellung Äh Verbotene Gegenstände Ich hole keine Verbotene Gegenstände Mit mir Dann glaube ich Habe ich jetzt erstmal Okay Ah cool Nein gar nichts Dann will ich es glauben Ich denke diese Person Sagt die Wahrheit Ausweis ansehen Ziehen wir jetzt Einen Personalausweis an Nina Wolf 250 Ja Habe ich mir jetzt Eingesehen Und jetzt Äh Alter Drogen Test Dokumente ansehen Alkoholtest Verbandskasten Ah ja Dem Verbandskasten Das ist ja gut Was passiert Wenn wir einen Unfall haben Und die erste Hilfe Leisten kann Sollen Und Verbandskasten Kein Lebensraten sein Uiuiui Das wird teuer Was machen wir Äh Was ist das denn hier Keine Beschreibung Festnehmen Ein Gewahrsam nehmen Fahrzeug kontrollieren Alter Ich Verwarnen Fahrer ansehen weiterfahren lassen Ich kann nichts Verdächtiges Erkennen Drogentest Das war Verwarnen Das war Das Auto Also gut Ich werde mir nur Ein Fahrzeug Genau ansehen Bleiben Sie bitte So lange Im Badecken Sitzen Hala Gucke ich mal Profil hier vermessen Okay 4,3 Alter wie die das gemacht haben Blinker Funktioniert Licht funktioniert auch Rücklicht funktioniert auch Schließen Äh Was haben wir hier Kennst du da nichts voran TÜV ist noch gültig Aha Hier haben wir bestimmt Die Drohung gefunden Objekte drehen Oder bewegen Sie die Maus Fehlen die rechte Maus Das ist die Gedulde Okay Zu knabbern Andereck Äh Was ist das? Okay Gibt es ja nur diese 5 Sachen Sie haben sich alle Objekte Angeschaut Okay Dann Kontrolle Beenden Ja Das funktioniert auch alles Ja wir sind jetzt bei der Polizei Wir müssen die Sache jetzt ernst nehmen 4,3 Profiltiefe 4,3 Ja Gucken wir uns alles mal an hier Bremslicht Äh Licht funktioniert auch Super Alles klar Kennzeichen Kennzeichen ist vorhanden Sorry So Gucken Motor kann man nicht sehen Ähm Was machen wir mit der Verwarnen Ne Wir tun die Verwarnen Ne Ich hab mir ein Fahrzeug genau angesehen Ich hab mir ein Fahrzeug genau angesehen Das war langweilig alte Das war langweilig alte Dokumente ansehen Was soll das denn jetzt Wer ist so ein Funk Fahrzeugfunk Was Ich möchte gerne über Person Über Nina Bleiben wir sind entspannt Genau Nichts vor Okay Fahrzeugfunk Fahrzeugfunk Ah da kontrollieren die das Kein Eintrag Verstanden Okay Na gut Dann nehmen wir dich fest Ne Quatsch Äh Bußgeld Das ist wirklich Eigentlich Ich muss Ihnen ein Bußgeld Und eine Mängelkarte Ausstellen Mit richtigem Verhalten Bla 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 Kein Verbandskasten 15 Genau Und die Mobiltelefons 75 Siehste Hat sich ja doch gelohnt So 100% Allgemeiner Dokumente gefragt Allgemein Den Fahrer untersucht Erste Hilfe Kasten gefunden Fahrzeug untersucht Defekte Bußgeld Richtige Ähm Kontrollaktionen Bußgeld Siehste Wir haben alles richtig gemacht Direkt Die erste Mission Ich wusste Wir sind Wir sind Bulle Wir sind ein Polizist So ein Fahrzeugkammer Schon Untersucht Ja Krass das Game Ne Auf jeden Egal Wir machen ja Sage ich mal Eine Pause Und ich weiß nicht Ob wir weitermachen Keine Ahnung Wir gucken mal Alles klar Ich sage danke Und bis dann Ciao So